hallo ich wollte euch mal erzählen was euch überhaupt auf meinem kanal erwartet und zwar wie ihr seht naturaufnahmen wanderungen tieraufnahmen und auch handwerk also ich bin gelernter handwerker und wenn ich was zu tun habe und privat mache werde ich euch das zeigen also bis dann viel spaß man sieht sich